Musik Wie kommt es eigentlich, dass ein so gut aussehender Mann noch keine Partner hat? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Ich habe Sie zuerst gefragt. Ja, ich habe einfach noch nicht so die Gelegenheit gehabt. Außerdem... Außerdem trifft man als Ingenieur keine Frauen, stimmt's? Und Sie arbeiten zu viel. Nein, ich lebe mit meiner Mutter zusammen. Ich muss sie pflegen. Und da bleibt einfach wenig Zeit. Ja, keine Angst, sie ist im Kino. Ja. Hätten Sie das im Internet nicht angeben sollen? Ja, ich lebe mit meiner Mutter. Vielen Dank.